hi und guten morgen im neuen jahr 2017 ja ich wollte mich nur kurz melden weil ich mich ja vor dem jahreswechsel eigentlich fast nicht gemeldet habe ich hoffe ihr seid alle gut rüber gerutscht ich bin gerade mit dem furiosen hündchen hier ein bisschen auf frost foto safari wir schauen dass man ein bisschen den wunderschönen die wunderschöne frost landschaft so ein bisschen aufnehmen können ein paar nette fotos habe ich schon jetzt geht es dann hinter mir in den großen wald rüber und dann gucken wir was wir da noch finden ja wie schon gesagt ich hoffe ihr seid gut rüber gekommen ich freue mich auf einen tollen neuen start ins neue jahr wir haben jetzt im letzten jahr seit april war der kanal online wir haben 87 abonnenten zusammen bekommen also ihr seid der wahnsinn ich habe so mit vielleicht 50 oder so man steckt sich die ziele immer so ein bisschen kleiner als man sie eigentlich hat und dann sind es 87 geworden zum schluss noch mal richtig angezogen paar freunde sind dazu gekommen die noch mit abonniert haben und so auch danke dafür super also schöner kann ich gar nicht haben war ein schöner jahresabschluss der autist in mir schreit ich hasse unrunde zahlen aber dafür könnt ihr nix und naja was ist so das ziel für den kanal im kommenden jahr jetzt ich denke mal die 100 kriegen wir hin und vielleicht sogar mit viel glück sogar die 150 da würde ich mich sehr freuen ja bisschen mehr videos machen ist jetzt so mein ziel ich habe jetzt zum schluss die projekte ein bisschen schleifen lassen müssen aufgrund von familie dem baby ich habe schon ein paar neue aufnahmen im hintergrund da möchte ich noch ein paar nette intros machen die will ich nicht einfach so raus blasen ja und der rest wird sich zeigen ich denke mal das werden noch vielleicht ein oder zwei pc projekte auch mal dazu kommen aber da spekuliere ich noch ein bisschen rum auch ein paar vlog sollen wieder dazu kommen also dieser drive vlog soll ein bisschen mehr werden ich möchte gerne ein zwei reviews mal wieder machen so in der ersten jahreshälfte auf jeden fall so ein paar mehr videos wie schon gesagt drehen wollen wollen hätte hätte könnte fahrradkette naja kennt das aber ich denke mal da wird schon was draus werden auf jeden fall so genug gelabert ihr wisst ein bisschen was es geht wo die reise mit mir hingeht ich hoffe ihr seid dabei ähm und dann freue ich mich auf die kommenden 365 tage mit euch bis zum nächsten jahreswechsel ne also wir kriegen das hin ich freue mich danke euch ne macht's gut ciao ciao ciao